Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Sendereihe Der existierende Mensch Ich habe vor, diese Sendung monatlich auszustrahlen, hier auf Freirad 105,9. Ausgestrahlt wird diese Sendung jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr. Es handelt sich um eine Live-Sendung, beziehungsweise habe ich geplant, diese Sendung als Live-Sendung zu machen. Und wie Sie sich vorstellen können, ja, bei einer Live-Sendung kann es kommen zu dem, was es eben kommt. Das heißt, Fehler, Versprecher sind, glaube ich, an der Tagesordnung. Aber sie machen auch, glaube ich, so die Spontanität der Sendung aus und den Reiz der Sendung. Was auch immer wieder bei Live-Sendungen ist, dass man nicht weiß, was entsteht. Ich weiß es nicht und Sie wissen es nicht. Also lassen wir uns überraschen. Heute ist diese Sendung etwas verkürzt, weil davor immer Live-Sendung, wie Sie gehört haben, vom Internationalen Filmfestival Innsbruck gelaufen ist. Ich glaube, ganz was Interessantes. Um was wird es nun in dieser heutigen Sendung gehen? Ich werde Ihnen zuerst Hintergründe zu diesem Konzept erläutern, überhaupt zur Sendung, damit Sie ein bisschen Bescheid wissen, um was geht es mir überhaupt, beziehungsweise um was soll es denn in den nächsten Sendungen gehen? Was ist denn so der Inhalt von dieser Sendung? Dann wäre Ihnen ein Vorblick auf die nächsten Sendungen, auch mit den Gästen, die ich eingeladen habe, beziehungsweise einladen werde, geben. Und das Ganze werde ich noch ein bisschen würzen mit einer Musik, weil ich glaube, dass es nicht leicht ist, so eine halbe Stunde oder auch eine Stunde nur rein Wortbeiträgen zu folgen. Das heißt, glaube ich, da ist ganz, ganz gut, dass immer wieder Musik eingespielt wird. Und mit dem möchte ich jetzt auch beginnen, mit einer Musik, die ich im Internet gefunden habe, zum Thema Sinn. Ich würde Sie auch mal auffordern, schauen Sie doch einmal rein im Internet. Geben Sie einfach in irgendeiner Suchmaschine Sinn ein und lassen Sie sich überraschen, was kommt. Es kommen ganz vielfältige Sachen daher, von sei es eine Uhrenfirma, sei es ein norddeutscher Chor mit dem Namen Sinn, beziehungsweise die ganz, ganz viel in dem Bereich Sinn, Lieder mit Sinn unterwegs sind. Es gibt Musik mit Sinn, es gibt ganz, ganz viele Beiträge. Und im Zuge dieser Suche habe ich hier einen Beitrag gefunden in YouTube von einem Alex Döring. Und der, glaube ich, hat ein ganz gutes Lied, das passt ganz gut in die Sendung, hat er gemacht mit seinem Kollegen. Und der Titel dieses Liedes ist, wo ist der Sinn? Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, dieses Lied beschreibt, würde ich mal sagen, sehr gut diese Radiosendung. Ich möchte mich mit Ihnen auf eine Reise begeben in unterschiedliche Länder. Reise hier, bitte als Metapherwörter, das heißt Reise in Ländern mit unterschiedlichen Zugängen zum Thema Sinn. Mit dieser Sendung möchte ich ein bisschen sensibilisieren für Themen rund um das große Thema Existieren. Hierzu werde ich immer wieder auf die Theorie der und der Praxis der Existenzanalyse und der Logotherapie zurückgreifen. Existenzanalyse und Logotherapie, hier handelt es sich um eine Psychotherapierichtung, die eng verwogen mit der Existenzphilosophie ist. Neben der Psychoanalyse von Freud, neben der Individualpsychologie von Adler, wird die Existenzanalyse als dritte Wiener Schule der Psychotherapie bezeichnet. Nicht die Analyse der Existenz, wie ein bisschen das Wort, sage ich mal, ein bisschen täuscht. Nicht um das geht es in der Existenzanalyse, sondern es geht eigentlich um die Bedingungen, die zu einer guten Existenz führen. Existenz, hier im Unterschied, Existieren zum Dahinvegetieren. Das heißt, Dahinvegetieren, da wird es um sowas gehen wie, wenn man seinen Umgebungsbedingungen ausgeliefert ist, wenn man mehr so Spielball in der Welt ist. Und beim Existieren, da geht es eigentlich um ein, um ein bewusstes Ja, um eine Stellungnahme im Leben abgeben zu können. Zentral ist in der Existenzanalyse das Thema Sinn und das Thema Existieren. Das wären so ganz zentrale Fragen. Es geht hierbei um die Verwirklichung meiner zentralen Werte im Leben. Was stellt für mich einen Wert dar? Was ist wertvoll im Leben? Das wären so die Fragen, um die es geht. Hierbei ganz, ganz wichtig, Werte, Sinn, Existieren, das ist einmal einen höchst individuellen Bereich. Wir tun Dinge, weil uns die an und für sich wichtig sind in diesem Bereich. Hier geht es nicht um Anerkennung, hier geht es nicht um das, dass ich die Dinge tue wegen jemand anderen, sondern ich tue die Dinge ihrer Selbstwillen. Der Begründer der Existenzanalyse und Logotherapie war der bekannte Wiener Neurologe und Psychiater Dr. Victor Emil Frankl. So wie in Weiterentwicklung, da war eigentlich federführend, beziehungsweise ist federführend in der Existenzanalyse und Logotherapie der Dr. Alfred Lengle. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder lang geredet. Es wäre sehr viel zu reden in dem Bereich von diesen zwei herausragenden Persönlichkeiten, aber ich glaube, spielen wir doch etwas Musik, bevor ich dann mit dem Thema weitermache. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Freirat 105,9, die Sendung Der existierende Mensch. Ich war jetzt gerade davor, bei dem, dass ich Ihnen ein bisschen so die zwei herausragenden Persönlichkeiten im Bereich Existenzanalyse und Logotherapie gerade mit dem Namen einmal genannt habe. Ich werde jetzt heute hier in dieser Sendung auch nicht genauer darauf eingehen, weil ich glaube, das wird diesen Rahmen von heute mal sprengen. Es wird sicher noch andere Gelegenheiten geben in anderen Sendungen. Wie gesagt, diese Sendung findet ja monatlich statt, jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr. Und da werden wir sicher noch einiges über Alfred Lengle sowie über Victor Frankl hören. Vielleicht auch noch ganz interessant eine dritte Persönlichkeit, zu der ich eigentlich per Zufall gekommen bin. Diese Persönlichkeit hat im Jänner in Innsbruck am Psychologischen Institut einen Gastvortrag gehalten. Die Person heißt Prof. Dr. Dimitri Lyontjev von der Moskauer State University. Er wurde eingeladen von Frau Tatjana Schnell, eine Professorin auf der Innsbruck-Universität, die sich auch ganz, ganz viel mit dem Bereich Sinn beschäftigt, ganz viel forscht in dem Bereich. Da gibt es übrigens auch noch eine ganz interessante Internetseite. Das wäre, wenn ich mich richtig erinnere, sinnforschung.at. Aber wenn es sich interessiert, gehen Sie auf die Seite sinn-los.at. Da werden sicher dann in nächster Zeit einige Links drauf kommen, zu dieser Sendung, auch zu nächsten Sendungen, dass Sie einfach wissen, um was geht es dann in Zukunft, beziehungsweise wo sind denn interessante Adressen, die sich mit dem Bereich existieren oder mit dem Bereich Sinn beschäftigen. Ja, dieser Herr Lyontjev, was hat man denn da so getaugt bei dem? Er hat einen Ausspruch sehr, ja, sehr aufgerüttelt eigentlich zum Thema Sinn. Dieser Ausspruch war folgender, Meaning Connecting People. Das heißt, Sinn verbindet den oder Sinn verbindet die Menschen. Das heißt, der Sinn ist das, das uns entweder mit unseren inneren Werten verbindet, mit dem, was uns wichtig ist, oder das uns mit der Welt, mit dem Anderen, mit dem Du verbindet. Also auch in diesem dialogischen Austausch entsteht Sinn, beziehungsweise würde ich sogar sagen, nicht auch, sondern dieser dialogische Austausch mit dem Außen, mit dem Anderen, mit der Welt, das ist irrsinnig wichtig, beziehungsweise ohne diesen Austausch kann Sinn gar nicht entstehen. Hierzu vielleicht auch ganz, ganz interessant, wenn man Frankel näher anschaut, näher lest, spricht er immer wieder von drei Prachtstraßen zum Sinn. Drei Prachtstraßen, wie er es nennt, wo man eigentlich Sinn auffinden kann. Das wären zum einen die schöpferischen Werte, wie er es nennt, das heißt, wo wir was ins Leben bringen, wo wir ein Buch schreiben, wo wir zum Beispiel was zeichnen, was malen, wo wir, ja, also, wir schaffen was Neues im Leben. Das wären die schöpferischen Werte. Der zweite Bereich wäre der Bereich der Erlebniswerte. Hier nehmen wir teil am Leben. Das heißt, wir gehen wandern, wir gehen spazieren, wir gehen schwimmen, wir lesen ein Buch. Also überall, wo wir mit dem Erleben dabei sind. Und das dritte laut Frankel wären die Einstellungswerte. Das heißt, wie er schreibt, wenn schöpferische Werte nicht möglich sind und Erlebniswerte auch nicht möglich sind, zum Beispiel aufgrund von einer Erkrankung oder wie er es zum Beispiel an seinem eigenen Leib, an seiner eigenen Psyche erlebt hat. Er war ja Jude, ist dann in das KZ hineinkommen und wie man sich vorstellen kann, gerade im KZ drinnen sind gerade Erlebnis und schöpferische Werte sehr, sehr eingeschränkt. Worauf er zurückgreifen hat können, sind die Einstellungswerte. Einstellung zum Leben. Einstellung zu dem, was mir wichtig ist. Ich würde mal sagen, wie man da auch sieht, wie man auch aus den anderen Liedern gehört hat, aus dem ersten von Alex Döring, aber auch aus dem zweiten Lied von Reinhard May, es gibt ganz viele verschiedene Sinnquellen. Frankl hat drei genannt. In der Forschung, wenn man eine schaut, sind noch viele, viele andere Gebiete, viele andere Bereiche drinnen. Wichtig hierbei ist, individuell jene Sinnquelle zu finden, wo man eigentlich gut andocken kann. Aus der Forschung sieht man, dass mehr Sinnquellen besser sind, als wir zum Beispiel nur das zentrieren auf eine Sinnquelle. Was man auch immer wieder findet, uns zu engagieren, uns für etwas Größeres zu engagieren, zum Beispiel im sozialen Bereich, wären auch, sage ich einmal, Wege, zu Sinn zu kommen, Sinn zu finden. Hierbei ganz, ganz wichtig, ich kann ihn eigentlich nicht direkt intendieren, ich kann ihn nicht direkt machen, um den Sinn, kann nur Bedingungen schaffen, damit sich dann der Sinn einstellt. Und wie gesagt, gehen tut es um einen ganz, ganz einen individuellen Sinn, also nicht um einen Sinn des Lebens, von dem rede ich eigentlich in dieser Sendung nicht, sondern es geht um den individuellen Sinn, um den Sinn von Ihnen, dass Sie mir heute zuhören, den Sinn von mir, dass ich hier heute zu Ihnen spreche, und diese Individualität des Sinnes möchte ich Ihnen jetzt auch noch einmal zeigen. Ihr habt zu dieser Sendung einige Personen interviewt. Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich daran beteiligt haben und das möchte ich Ihnen einfach jetzt vorspielen, dass Sie einfach wissen, dass Sie einfach ein bisschen einen Anreiz haben. Wie denken denn Leute zum Thema Sinn? Sinn, 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 mit Sinn. Ja, mir macht Sinn, dass ich zum Beispiel jeden Tag aufstehe und denke und spüre, dass ich lebe. Und in diesem Tag, der vor mir steht, werde ich sicher einiges tun, einiges erleben, das mit meinen Werten in Einklang ist. Und ich werde an dem Tag schauen, dass das, was ich denke und fühle, im Zusammenhang mit dem, was ich bin, stehe. Und damit fühle ich mich glücklich. Und damit weiß ich, es ist wieder ein Tag, an dem mein Leben wieder sinnvoll gestaltet wird. Ursprünglich habe ich immer überlegt, was erwarte ich eigentlich vom Leben oder was soll mir das Leben eigentlich bringen. Und danach irgendwann einmal ist die Überlegung eher gekommen, das muss man von der ganzen anderen Seite sehen. Das heißt, was erwartet das Leben von mir? Und an dem bin ich aber immer noch dran, zum Nachdenken und zum Überlegen. Und das ist schon eine längere Aufgabe. Ist der Sinn für mich etwas, was ich immer versuche mit dem Verstand zu erfassen? Das heißt, er hat eine ganz eigenwillige Logik. Und wenn sich der ergibt, dann ist es im Gedanken etwas Schlüssiges, das eine entsprechende Empfindung nach sich zieht und als das Gesamte so etwas wie eine Sinnerfahrung bringt oder halt Sinn macht. Also mehr wie ein Gedanke und mehr wie ein Gefühl. Vielleicht ist das eine Gleichschaltung von Wahrnehmung. Ja, ich finde es unsinnig, dass man sich dauernd Gedanken machen muss über den Sinn des Tages oder des Lebens, weil ich glaube, es kommt einfach auch darauf an, den Tag zu nehmen, so wie er einfach ist und wie es einfach kommt. Der Sinn für mich ist, was mit einem gewissen Wohlempfinden zu tun hat, mit der Freiheit einer Sache. Von daher geht es ja nicht darum, ob ich mir das groß überlege, sondern, dass ich das tue. Wie gesagt, was für ein Vielheuer habe ich einfach Freiheit vermittelt. Das ist es. Sinn die Zugänge zum Sinn sind unterschiedlich. Wie gesagt, nochmal herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Sollten Sie auch hier vorkommen wollen mit einem kurzen Beitrag zum Thema Sinn, mit Ihren Gedanken, dann bitte schreiben Sie mir eine Mail. Sie finden auf www.sinn-los die Adresse oder rufen Sie mich an beziehungsweise nehmen Sie einfach einen kurzen Beitrag auf. Geht ja ganz leicht mit Computer, denke ich mir. Schicken Sie mir. Ich schneide Ihnen dann, ich gleich die Höhen an, also von Ihnen kein Problem. Schicken Sie mir es. Ja. Die nächsten Sendungen werden, wie gesagt, jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr stattfinden. Es werden ganz interessante Sendungen sein. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Persönlichkeiten einladen können. Vielen Dank, dass Sie mitmachen bei der Sendung. Es wird zum einen um intuitives Bogenschießen gehen, es wird zu Sinn in Märchen gehen, es wird um Sinn Bereich der Mundhautdichtung gehen, es wird um Sinn in einen Hilfsprojekt gehen, in Afrika beziehungsweise in Kambodscha. Also von dem her lassen Sie sich überraschen. Ich glaube, es wird ganz interessante Radiosendung werden. Ich wünsche Ihnen einen sinnvollen Abend. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen mich zu unterhalten, wenn man es so sagen will, beziehungsweise werden wir vielleicht schauen, dass mein nächste in nächster Zeit bei der nächsten Sendung dann wirklich Unterhaltung einbauen können. Vielleicht schalte ich auch da das Telefon, was da ist, dann ein, dass Sie mich anrufen können und direkt dann in die Sendung kommen und mir dann wirklich in einen Dialog treten können. Die nächste Sendung wird stattfinden am 5. Juli von 20 bis 21 Uhr. Ihr Freirat 105,9. Näheres unter www.sinn-los.at Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, Vielen Dank.